So Leute Blazing time Hashtag freemood isan Ist geil, ist geil, kann man auf jeden fall mitnehmen Aber ich denke mal Da sind halt Wirklich fast alle kraft wäre Keine Ahnung, ich kann mich nicht aufhören, aber Oh mein Gott, wo ist Sasuke? Bide? Ah, er kommt jetzt erst, oh je Heißt der Akuda kommt nicht mehr oder was? Keine Ahnung Alles mitnehmen Free Multi Ich nenne sie SSR, ok, keine Ahnung wie sie heißen Zeig SSR, jetzt jetzt Guck dir was Äh, hast du ja gemerkt schon Wenn sogar SSR charakter bei mir auf Aufkommen, auf poppen Oh lol, den hab ich sogar schon, hdf Uff Das sieht geil aus Ist, ja man, korrekt Den kann man sogar zu 6er machen Also kein Fake SSR, glaub ich Ja, GG, den nehmen wir an Den nehmen wir an Danke annehmen am Morgen Was glaubt man Und wir kommen zu einer weiteren Live Reaktion, diesmal Wir hatten ja das letzte Mal Youtube Quasi Highlights, so gesehen Youtube Best Of, diesmal haben wir Twitch Highlights Twitch Highlights, Twitch Best Of Das ganze wird zusammengestellt von Sehr viel TV, sehr viel TV Vielen lieben Dank dafür, für die Einsendung Für die Erstellung, für das ganze Und ich hab mich auf jeden Fall darauf gespannt Was wir jetzt hier quasi aus den Twitch Highlights Sehen, Twitch, ihr wisst ja bekanntlich Auf Twitch streame ich Verschiedene Games, Dokar unter anderem auch natürlich Aber auch verschiedene Games, heißt, wenn ihr mal Zeit und Lust habt Schaut in der Stream Beschreibung immer Alter, gestern, gestern Gestern bei Nacht Ist was krankes passiert Das ist kein Bait, Freunde Checkt mal meinen Twitch Channel aus Und guckt mal den angesagten Angesagtesten Clip an Ui, von den letzten 24 Stunden Weihnacht, Freunde Weihnacht ist was krankes passiert Gestern Aber wie gesagt, genau Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt Was wir jetzt sehen werden Guckt mal einfach mal rein zum Best Of Oder Twitch Highlights eben Von mir, Otaru Zusammengestellt von Sehr viel TV, nochmal Vielen lieben Dank Und jetzt gucken wir mal einfach rein Was hier abgeht, let's go Achso ja Leute, ich musste kurz an den Einstellungen Was ändern Jetzt sollte aber eigentlich alles klappen Hoffentlich, davor war es ein bisschen Nicht ganz flüssig Heißt, ich hab den Anfang gesehen Aber Nicht schlimm Am Anfang achtet mal oben links drauf Was da abging In dem LOL Game Oben links Boom Habt ihr das gesehen? Und schau mal Tristana weg Schau mal oben links One-Shot Bam Weg mit dir, Alter Das war echt ein geiles Game Ich erinnere mich an das Game Das war echt witzig War ein cooles Game So League of Legends spiel ich echt ab und zu gerne So als Abwechslung Ich bin unterwegs auf den Streets So bin ich unterwegs auf den Streets, Freunde Da haben wir unseren Ventilator aufgebaut Unser Cowboy Und dann sind wir ein bisschen getickt im Livestream Auf jeden Fall Aber ich hab euch da warm gemacht Auf die Bedeutung von MAU Ja Auf Mario Kart Dann fing es an mit Mario Kart Hoffentlich kommt das auch noch Die Musik ist geil für mich Hintergrundmusik Die er eingebaut hat Ah, guck mal Hallo, ich bin los da oben Was? Rosé Shy Guy Rosé Shy Guy Rosé Shy Guy MAU Oh MAU Da kommt MAU Wenn wir mal wieder spielen, achten wir mal darauf, was Shy Guy sagt Er macht uns nämlich Oh, mit Alter 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 Tamiz auf den Löwen Oh mein Gott Das ist so Shoutout an Tamiz Ein Kollege von mir Der ist da eskeliert HAH Alter, Props, Mann, wie krank das aussieht Da haben wir unsere Ventilator gebaut Alter, wie geil das aussieht Props, das sieht echt geil aus Fortnite? Mit Ichi und Tripsi Ozan spürt es bei NERD Was war da? Was war da? Ich spür es legit bei NERD Keine Ahnung Ich war doch wahrscheinlich schon Ich war schon wahrscheinlich tot Deswegen War mir dann langweilig Ähm Aber ja, was soll ich da sagen Was soll ich euch sagen Beide, aber ich habe gerade gemerkt Ich hatte die Lautstärke höher machen Einfach irgendwas machen Wann war das Alter? Wann war das? Das muss echt bei Nacht gewesen sein Und ich muss auch aus der Runde gewesen sein bestimmt Hahahaha 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 Das Sata bin ich mal kurz in meinen Discord server reingegangen Da sind wir eskaliert alle zusammen Und da hat einer einfach fett reingeflüstert Hahahaha Hahahaha Ich habe dir gefallen und freue mich auf dein Feedback und den Zuschauer Ja, es war auf jeden Fall nice von mir aus Also ich fand die Musik geil Ich fand die Musik geil auf jeden Fall Die Musik Die hat so quasi so Ja, so einen spaßigen oder so eine Melodie Wo man quasi so etwas Nicht ernst nehmen muss, sondern einfach so Es kommt witzig rüber Es kommt witzig rüber Ich fand es auf jeden Fall gut Ich fand es auf jeden Fall gut Danke für die Einzelne für die Erstellung Wir hatten ja quasi auch im Youtube Best of Youtube best of Ich habe den Link in die Beschreibung setzen Das war von MCNO Das hier von Twitch War von SeelviechtTV Freunde, wenn ihr Bock habt auf sowas Ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt Ab und zu mach ich mal gerne andere Spiele Eskalieren in Streams auf jeden Fall Vor allem mal Das macht mir übertrieben Spaß Was? Dann schaut auf jeden Fall in den Streamplan Wenn ihr Bock habt Auf Twitch mal reinzuschalten Warum nicht Mich auf jeden Fall freuen Gestern Wirklich gestern Das mit gestern ist kein Bait oder so Schaut euch Den letzten angesagten Clip an Von gestern Von letzten vier Stunden Es ist auch totale Eskalation Na easy, Junge Easy Alter, Tamis auf den Löwen Oh mein Gott Ok, Freunde, ok, Freunde Krass, wirklich witzig Ey, nur ein bisschen Bis dahin hatten wir quasi das mit den Äh, dass ich da den Lautstück Bisschen weniger hatte Bisschen leise hatte Ich hab's kurz hochgeschaltet, Freunde Ich hab das gerade gefallen Wie gesagt, wenn ja Gib den ganzen Tag ein Like Und wir sehen uns das nächste Mal Peace